Ich muss ein bisschen langsamer werden. Nee, fahr! Fahr, du bist zu langsam! Okay! Ja, nur weil ich manchmal abbremse. Ey, das fucking A-Team ist im Anmarsch! Ich steh auf! Ich komm jetzt runter! Als ob das Glas klappt! Langsamer! Langsamer! Warte, warte! Langsamer! Ja, 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 ja! Es klappt halt wirklich! Best of Bunch war... Ich bin so aufgeregt! Ich will knallen! Könnte sein, dass ich ausgenockt werde gleich. Inventory, I'm a good kid! Nee! 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 Da kommt die Shotgun ins Gesicht! Fuck, er hat nicht... Gino, kannst du mich appen? Schnell! Ich... Ey, Alter! Spiel Niklas hier! Das ist unspielbar! Fuck! Leon! Wir kommen mit dem lautesten Auto der Welt und finden einen Urz! Was?! Hä? Ich bin da ausgena... Alter! Alter! Nein! Nein! Oh Gott, ich bin drin! Nein, bist du nicht! Der kämpft! Alright, ja, weiter! Ähm, ich bin Niklas und ich laber die ganze Zeit nur Scheiße! Ununterbrochen! Und wenn jemand was halbwegs Konstruktives sagt, dann mach ich ihn nach, solange bis er mega genervt ist! Warum hören wir alles doppelt? Habt ihr jetzt schon die ganze Zeit Fischcup, glaub ich, gehört? Ah! Jetzt hören wir nicht mehr alles doppelt, hoffe ich! Warum hören wir alles doppelt? Warum hören wir alles vierfach? Ja, äh, Moment! Regie! Könnt ihr Fischcup mal lauter machen? Ja, Moment! Es dauert nur eine kleine Sekunde! Also, Analyseexperte zumindest! Und... Spielst du gerade Gitarre? Diese Sendung wird unterstützt von Produktplatzierung. Fuck! Oh! Nein! Oh Gott! Da müssen wir irgendeinen Sniper... Achso, Yashi! Oh! Stein, Mann! Ich bin doch da hier! Hier unten drin! Achso! Der Kleine! Nein, der Kleine! Guck mal, ich geh aus dem Bildschirm raus, so! Ich versteh nicht, was du machen willst! Du musst mit dem kleinen Fuß und nicht mit dem großen! Achso! Ja, ja, genau da, genau von da! Warte! Genau, ja, so, so! Genau so! Es funktioniert! Nice! Oh Mann! Wichse! Ja, aber wie hinten, wie kommt ihr hinten an den Arsch? Oh! Hey! Yoshi! Was machst du denn? Was macht ihr denn, Mann? Jetzt halt mal auf auf mich zu rippen hier! Hallo! Lauter machen! Wieso heißt du Niklas Bitch? Ja, weil ich dein Bitch bin! Oh! Oh! Ah! Hallo! Hallo! Mein Name ist Niklas und wir sind hier in Köln! Ja, hallo! Mein Name ist Niklas und wir sind hier in Köln! Ähm! Und äh! Mein Name ist Matteo Ricciandi! Und hier sind ungefähr... Ich weiß nicht, wie viele von den 100 Leuten jetzt noch da sind! Ich habe gerade zum ersten Mal gesehen, wie du den Schnuller in den Mund genommen hast! Wieso bist du überhaupt größer als ich? Was ist das denn hier? Hä? Weil ich bin von den Kindern in Bangladesch? Oh! Oh! Nein! Wenn sie nicht, Matteo! Gino, raus hier! Raus! Raus! So, wir bauen ein neues Deck! Und zwar wird es ein schwarzes Deck! Dizzy Rascal liebe ich! Fuck this shit! Ist das Haus bei dir nicht da? Ja! Guck mal auf den Screen! Ich kann auf alle schießen, aber sie sterben nicht! Eine Karawane! Eine Karawane! Oh! Oh! Nimmer! Uh! Da stimmt es! Da ist noch einer! LOL! Ich habe auf einen von euch geschossen! Also, pass auf! Du hast Burner getötet! Ja, ja! Aber weißt du, wie? Haben wir es auf meine Sicht gesehen? Ich aime auf Leon! Will den Typ erschießen! Ist mir jetzt egal! Wir machen jetzt eine Pause! Los, Pause! Pause! Tschüss! Ah! Wir machen jetzt das so! Ja, wir machen jetzt der Kunde! Wir machen jetzt das Le Hi-Musik zu! Wir machen jetzt ein ins H-My-Musik! Das ist ein bisschen über egal das! Du hast es aber ein wenig gelielles! Ich habe mich hier bei dir,